Musik Die Kärntner Regionalmedien und der ECKC sind derzeit auf Geburtstagstour durch die Bezirke. Mit im Gepäck haben wir die exklusive Klagenfutter Jungs dort der Konditorei Farnberger, ein 12er Trahirter Bier und ein KC Goodie Bag. Kürzlich waren wir bei Daniel Lovejoy und Marco C. Drosser Inglanek, die gemeinsam Geburtstag gefeiert haben und von KAC-Goli David und Lena überrascht wurden. Hallo, hallo. Ja, Geburtstagserraschung für euch. Ach, heute. Ah, Maria. Schön. Er hat am Freitag gehabt und der Mann hat am Mittwoch. Ja, dann gebe ich euch das einmal baden. Alles Gute nachträglich von der KAC-Familie. Danke. Achso, ja, da haben wir noch einmal ein kleines Geschenk für euch. Noch was, ne? Dann geben wir dir das, ja. Bitteschön. Dankeschön, ja. Was zum Denken. Geben wir dir das, weil das jetzt wieder weit halten kann ich auch machen, das passt. Was ich jetzt von einem Hund brauche. Oliver, das ist jetzt ein Besuch. Ja, hallo. Wie geht's dir? Ich hab da noch was mitgebracht für dich. Ja. Doch, doch. Komm schon. Guck mal raus, da kommst du mir her. Ja, aber da hast du ja extra was mitgebracht. Du hast ja so gefeiert schon. Schau. Wenn du mit rausgekommst, du musst es noch unterschreiben. Komm schon mal raus. Danke. Der KAC und die Kärntner Regionalmedien wünschen alles Gute zum Geburtstag.